Close to you. Das ist unser Claim. Aber was bedeutet das in Zeiten von Abstand halten, von Sorge oder Furcht? Was bedeutet das für Menschen und Unternehmen weltweit, die jetzt alle einer großen Herausforderung gegenüberstehen? Deren Mitarbeiter darüber nachdenken, wie es weitergeht, was das Morgen bringt. Über wirtschaftliche Existenz, oder das Wohl ihrer Familien. Für uns bedeutet das Dasein. Gerade jetzt, wo es darauf ankommt. Nicht nur mit Lösungen und Produkten, sondern zuallererst als das, was wir immer schon sein wollten, immer gewesen sind. Als Menschen, die zuhören, die mitfühlen, die verstehen, die da sind. Denn das ist es, um was es geht. Für alle, die mit uns zu tun haben. Auf der ganzen Welt. Als Partner, als Kunde, als Mitarbeiter. Wir sind für euch da. Genau jetzt. Hier und heute. Wir sind close to you. Wir haben uns zusammengemacht. Wir haben uns vielleicht gleich nicht einige Punkte. Wir haben uns jetzt eine gute Idee. Wir haben uns hier mal ein paar Dinge. Wir haben uns herausgekommen. Wir haben uns hier einmal ein paar Dinge. Wir haben uns über die Lage. Wir haben uns hier ein paar Dinge. Vielen Dank.